Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin die Shan und ich möchte heute mit euch zusammen eine Weihnachtskarte basteln. Also wenn es euch interessiert, wie ich diese Karte zusammen gebastelt habe, dann bleibt einfach dran. Und ich würde sagen, ich zeige euch als erstes mal, was ich verwendet habe. Also diese Karte wollen wir basteln und da habe ich mir zwei Stanzensets rausgesucht. Das ist einmal das Stanzenset mit dem Schloss und einmal aus der älteren Serie und zwar konnte man da ein Eis mitmachen. Und ich habe mir einfach diese Sahnstanze rausgenommen und habe die Wolke davon gemacht. Dann habe ich hier ein sehr altes Stempelset, auch von Action. Da habe ich mir die Schrift rausgesucht gehabt. Und ja, ein Embossing-Folder. Da habe ich mir dann im Prinzip mein Designpapier ein bisschen embossed, einfach nur um ein bisschen mehr Leben reinzubekommen. Und ja, ich habe mir auch alles schon ein bisschen vorgestanzt. Ihr seht das schon. Ja, einfach nur um den zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen. Und ich würde einfach sagen, ich mache euch wieder ein bisschen Musik dahinter. Wenn es was Wichtiges gibt, dann erzähle ich euch das. Ansonsten hört ihr ein bisschen Musik im Hintergrund. Und ja, womit ich auf jeden Fall angefangen habe, ist, dass ich mir meine embossen oder meine gestanzten Teile rausgesucht habe und habe sie in verschiedenen Farben dann ein bisschen distressed. Also ihr wisst, ich nehme da die kleinen Farbtöpfchen oder die kleinen Ink-Töpfchen von Memento und das haucht dem Ganzen immer ein klein bisschen mehr Leben ein, ist meine persönliche Meinung. Und ja, das mache ich jetzt erstmal. Ich mache es euch im Schnelldurchlauf und wir hören uns vielleicht gleich wieder. Ich mache es euch im Schnelldurch. Ich mache es euch im Schnelldurch. Und bei den Sahnehauben seht ihr auch schon, dass ich zwei unterschiedliche Größen habe. Und zwar war das einmal, kann man die Sahnehaube für das Schelke-Element ausstanzen und dann hat man im Prinzip einen Rahmen und eine kleine Wolke. Und wenn man nur die Sahne ausstanzt, dann hat man im Prinzip eine größere Sahnehaube. Und ich habe mir von beiden jeweils zwei ausgestanzt. Und da habe ich im Prinzip für meine Wolken die Randstanze wie das Schelke-Element und das kleinere Innenteil nehme ich dann einfach als Sahnehaube für meine Türmchen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und jetzt zeige ich euch kurz, wie ich mit ganz einfachen Mitteln mir meinen Hintergrund gestalte. Und zwar habe ich mir ein bisschen Farbkarton rausgesucht. Das ist jetzt so eine Art Babyblau, Himmelblau. Und dann nehme ich mir einfach mein Distress Ink und gehe da ein bisschen großflächig mit einem hellen Blau drüber. Das ist glaube ich Broken China. Und ja, gehe mir ein bisschen drüber am Rand, ziehe mir das ein bisschen rein in die Mitte, weil ihr seht ja, nebendran ist mein Vorbild. Und da ist ja dann eigentlich auch das Schloss geklebt. Also da muss ich nicht ganz so weit reinziehen, aber so ein bisschen am Rand, dass es mir ein bisschen eingefärbt ist. Als nächstes nehme ich mir dann einfach mein Lila zur Hand, auch wieder. Und da gehe ich im Prinzip genauso vor und nehme mir meine Distress Pinsel, also ich nehme da so kleine Make-Up Pinsel und gehe mir dann vom Rand ein bisschen in die Mitte rein. Ihr seht das schon. Und ja, so kriegt ihr einen richtig schönen eisblauen Himmel. Also mir gefällt der so richtig, richtig gut. Und ja, und ich würde sagen, ich mache einfach wieder ein bisschen Musik dahinter und ihr schaut mir einfach zu, wie ich das weitergestalte. Und ja, ich würde sagen, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020